Sollen wir beginnen? Willkommen liebe Leute zurück zu Assassin's Creed Rogue Wir machen jetzt mal weiter Alles klar, klatschen wir die Leute mal hier im Venk Ja, ja, ich bin auch schon dabei Ich bin auch schon dabei Entdeckung So, Nummer 1 Nummer 2 Ich bin doch dabei, Junge Ich bin doch dabei Ich bin doch dabei Jetzt das andere Kanonenboot Oh, sitzt der, sitzt der noch? Ah, ich hätte vorziehen müssen ein bisschen So Yeah Yeah Buckelwahl Voll daneben geballert, voll daneben geballert Komm, 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 komm Ups, ups, sorry So, kurz wenden So, kurz wenden Und jetzt nehmen wir den aufs Korn So Ich bin doch immerhin gefechtsbereit Ich begebe mich zu den Resten wieder hervor Der Rheinweg ist lang Reparaturen stehen an Sing dein Lied, Männer Der Chevalier ist zufrieden So We are ready to sail for the horn We are rolling go Our boots and our clothes are all in the We are all again trying to be kind Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit dem Mentor Bericht zu erstatten Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain Weise Worte Was haben sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus Not-Evacuitant Mess Ganz ruhig, ich hol sie da Hör auf Bitte begeben sie sich ruhig zum nächstgelegenen Ausgang Wir wiederholen Bitte bewahren die Ruhe Sorry für die harte Landung Ohrstöpsel, okay? Fest Sie waren im Animus Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen Sie arbeiten für Abstago Entertainment vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus Suchen wir den Boss Sie wissen doch wen ich meine, oder? Melanie LeMay, super lebendiger Überflieger Hier, der Kommunikator für den Notfall Und jetzt raus hier Okay Rising Phoenix Von Rising Phoenix ist auch in Unity die Rede Hier haben wir ein paar Multiplayer-Figuren Far Cry 3 Bist du bekloppt oder so? Bleib doch mal ruhig, Alte Mein Gott Das war keine Bitte Es ist sogar die gleiche Absergo... Ich glaube ist es der gleiche Laden wie bei Aske Pape Eine Datei namens ShakeHormack war mit einem Virus verseucht Ihr Job ist sowas zu verhindern Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein, isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss Lemay, das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien, der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss Lemay? Hey, es mag selbst am Erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma angeeuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Ozoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie, Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was Ihr Merci verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Okay, dann machen wir das. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auf alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktion in Lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merk. Ja, ich rufe sofort ein Reparatur-Team. Ich schätze, der muss reichen. Agent Acosta, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shays Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Na gut. Ja, soll ich das übernehmen, oder? Warum macht die sich das jetzt da gemütlich? Alles klar. Was haben wir denn da? Tablet-Dokument. Hi, Robert. Hi, Robert? Betreff Arno. Aha, aha. Robert Fraser. Das war doch der Dinges hier, ähm... Der Weise, oder? Das war er doch, glaube ich. Sie sind mir wärmstens empfohlen worden, und ich finde es ganz toll, sie in unserem Studio zu haben. Ich möchte sie auf ein besonderes Projekt von mir ansetzen. Ihr Thema heißt Arno Dorian, oder Dorian, oder wie das ausgesprochen wurde, der Nachname, ich weiß es nicht. Seine Geschichte spielt sich während der Französischen Revolution ab. Ich möchte, dass sie so viel wie möglich über sein Leben herausfinden. Das Ziel besteht darin, den hohen Tieren von Abstergo nächstes Jahr einen Blockbuster zu präsentieren. Daher ist das Projekt naturgemäß super geheim. Ihr Direktor als Supervisor wird Aiden Sainte-Claire in Kopie sein. Sie dürfen das Projekt nur mit Aiden oder mir selbst diskutieren. Da sie selbst, da sie wahrscheinlich ein paar Überstunden in ihrem Animus abbreißen werden, habe ich eine wöchentliche Pflichtsitzung bei unserer Psychiaterin Dr. Bibieux in Kopie angeholtet. Damit sind sie... Damit sie nicht unter dem Bleeding-Effekt leiden. Ja, Bleeding-Effekt. Kennen wir das? Dieser Sicker-Effekt eigentlich auch genannt. Ähm... Dass man das übernimmt oder so. Willkommen bei Abstergo Entertainment, lasst ihr mich nicht hängen. Alles klar. Also Leute. Jetzt haben wir schon mal mehrere Hinweise, dass, wie ich auch schon am Anfang Part 1 gesagt habe, die beiden Spiele miteinander zusammenhängen. So, das ist tatsächlich der gleiche Laden wie ein AC-4. Hätte ja auch eine andere Abteilung von Abstergo sein können. Lorinol Torres. Das blätter ich mal so durch. Das kann sich jeder selbst durchlesen. Und was haben sie eigentlich dieses Jahr mit den... mit den super netten Spitznamen? Strohkopf, Pisspot. Also alles super geil. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Sobald der Server da ist, haben Sie Ihre Animus-Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird es jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Kapiert? 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 Die Assassinen wollen uns glauben, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheim fiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altayir ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel. Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altayir getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altayir die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weisemann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Das ist doch auf jeden Fall mal ziemlich interessant. Das habe ich auch schon mehrfach angesprochen in Videos über Assassin's Creed. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Ähm. Warum ist sie denn plötzlich so nütz? Der Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Oh, shit. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe. Oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird Sie zu einem tieferen Verständnis führen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie soll ich das lösen, ne? Ist gar nicht mal so einfach, die Scheiße hier zu lösen, ne? Ist eigentlich sich da wieder ausgelacht. Jetzt. Ja, endlich. Aber ja, wie das Video schon gesagt hat, im Grunde genommen wollen beide Frieden. Beide Parteien wollen den Frieden. Infolge der großen Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der Assassinen. Ein listiger, ein listiger, ein listiger, skrupelloser Stratege. Er hat viele Agenten ausgebildet, die Abstergo infiltriert haben. Unter anderem Klee Kaczmarek und Lucy Sturman. Ende 2012 habe ich William Miles in Kairo geschnappt und an Warren Wittig in Rom übergeben. Miles' Sohn Desmond griff Abstergo an, Tötete Wittig und Meister-Templer Daniel Cross. Er floh in einen Tempel der ersten Zivilisation in New York. Am 21. Dezember wurde Desmond Miles in einem Vorläuferbauwerk ermordet. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf. Und wir wissen, dass er in der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin Da Costa hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinenaktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Alter, das wird ja immer interessanter. Wie geil ist das denn schon wieder? Boah, der Gegenwartsteil in AC4 war auch richtig geil und sehr interessant. Und hier ist es anscheinend nicht anders. Leute, ich würde trotzdem sagen, wir machen hier einen Cut. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Und schreibt mir gerne mal eure Eindrücke in die Kommentare zum Spielen. Und unterstützt es natürlich gerne, das Projekt, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Ich würde mich extrem darüber freuen. Das ist doch hier der Russen... Ist das der Russen-Assasside? Ja, der hatte ein Pferd in den Comics, die habe ich auch gelesen. Na gut, Leute, wie gesagt, lasst ein bisschen Feedback da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.